Hier sind sie wieder, unsere Sporttipps vom Sportbund Rheinland zu diesem Wochenende. Dreimal Koblenz, dreimal Samstag haben wir in den Kalender geschrieben. Um 14 Uhr geht es im Stadion Oberwert in Koblenz los. In der Fußball-Regionalliga der Männer spielt Rot-Weiß Koblenz gegen den Balinger SC. Wenn die Partie noch keine Viertelstunde beendet ist, wechseln wir rüber in die CGM-Arena zur 2. Bundesliga im Turnen. KTV Koblenz gegen TSG Grünstadt heißt dort die Partie. Die Männer stehen zum ersten Mal am Gerät um 16 Uhr. Und 19.30 Uhr gehen wir dann in die Julius-Wegeler-Schule in Koblenz zur Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz-Sah der Damen. Die FSG Arzheim Mosel-Weiß tritt an gegen HSG Hunsrück. Ein Rheinland-Derby verspricht guten Sport und sicher ein spannendes Duell der beiden Mannschaften. Und der Aktivtipp ist schon heute Nachmittag um 16.45 Uhr in Andernach. Der Montemare-Firmenlauf findet statt, organisiert von der SGDJK Andernach. Und wer jetzt diese kleine Erinnerung braucht, dass er heute Nachmittag laufen sollte, bitteschön, da ist sie. Und allen Zuschauern wünschen wir ein schönes Event. Das waren dann unsere Sporttipps zu diesem Wochenende. Bleibt sportlich und wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, wenn es heißt die Sporttipps vom Sportbund Rheinland. Das war's für heute, wenn es heißt die Sporttipps vom Sportbund Rheinland ist.